Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Samstag, heute ist der 19.03.2022, es ist 10.22 Uhr, ich bin um 8 geweckt worden mit Hämmern, aber nur, weiß ich, eine Minute lang ging, dass ich, ich weiß nicht, oh, eine Taube guckt mich an, keine Ahnung, irgendwer klopfte da rum, gegen 9 wurde ich dann nochmal geweckt, weil, glaube ich, am Geländer gerüttelt wurde, also es war irgendwie ein seltsames Geräusch, vielleicht wurde auch irgendwie handwerklich was gemacht, was so eine Vibration ausgelöst hat, aber es war halt, okay, Leute, wenn ihr meint, ich muss jetzt aufstehen, dann stehe ich jetzt auf und dann bin ich halb 10 aufgestanden, jetzt haben wir es halb 11 kurz, vor halb 11 zumindest und ich bin einigermaßen wach. Wir haben gestern wieder ein bisschen länger gemacht, ich glaube, um 2 Uhr bin ich dann ins Bett oder halb um 2, irgendwas so in dem Dreh, ich habe noch die aktuelle Folge von PK geschaut, davor habe ich noch mit Arnie Corekeeper gespielt, davor haben wir The Adam Project auf Netflix geguckt, mit Ryan Reynolds, davor habe ich gestreamt, davor habe ich gegessen und davor habe ich gearbeitet. Ich war gestern auch später zu Hause, als ich geplant hatte, ich wollte eigentlich irgendwie schon um 1 wieder hier sein und dann war es aber halb 5 oder so. Ja, der Tag im Büro gestern war schön, aber war lang, also war wirklich, ja, weiß ich nicht, länger als geplant. Das ging früh schon los, dass wir eigentlich einen 1,5 Stunden Termin verschoben haben, dafür ist direkt ein neuer 1,5 Stunden Termin reingerutscht. Dann war eine Kollegin zu verabschieden, dann habe ich meinen Chef wieder gesehen, dann war unser neuer Kollege im Team wieder da und wir waren Mittagessen, das war aber mega knapp, weil dann noch ein paar Telcos hinten dran kamen und dann war es irgendwie schon um 3 und ehe ich aus dem Haus gekommen bin, war es um 4, weil ich noch 2, 3 Sachen erledigen musste. Dann war ich noch bei der Post, habe Pakete weggebracht, eins geht nach Dresden, eins nach Hobbingen und ehe ich dann zu Hause war, war es wie gesagt so halb 5 in dem Dreh. Und dann dachte ich mir so, shit, du wolltest eigentlich heute 15 Uhr anfangen zu streamen. Naja, daraus ist nichts geworden, aber von 18 bis 20 Uhr habe ich mal in Inscription reingeschaut, ein Deckbuilding Game mit Gruselfaktor. Das war ganz witzig, das will ich auf jeden Fall weiterspielen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden man braucht, um es durchzuspielen, aber wir sind gestern ganz gut vorangekommen mit Try and Error, ein paar Rätsel gelöst und schon mal 1, 2 Runden gespielt, wurde auch schon mal weggefetzt von dem Gegner, habe dann verloren, mein Lebenslicht wurde ausgepustet und das war es. Und wie gesagt, das ist vom Stil her ganz schön, das ist ein Pixelspiel, würde ich sagen. Ja, die Karten sind sehr cool, die es da gibt, die Viecher, mit denen man sich versucht, sein Gegenüber zu bewähren. Und wie gesagt, das ist ein bisschen gruselig, hat einen schönen Humor, hat mir gefallen. Und dann, wie gesagt, bis 20 Uhr und danach haben wir noch einen Film geguckt. Der war okay, The Adam Project, ich fand ihn jetzt nicht überragend gut, aber der war schon nicht schlecht. Also war unterhaltsam, die Zeit ging gut rum und man hat sich nicht wirklich gelangweilt. Von daher würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, vielleicht eine 7, 6, 7, irgendwas in dem Dreh. Und die PK-Folge war natürlich wieder, oh sorry fürs ans Mikro kloppen, war natürlich wieder schön. Die habe ich zum Essen, zwischen Arbeit und Stream angefangen, habe die aber nicht ganz geschafft. Und dann habe ich die nach dem Stream eigentlich gucken wollen, aber dann haben wir einen Film geguckt. Und dann gucke ich sie nach dem Film und dann haben wir aber noch Corekeeper gespielt und das macht ja mega Spaß, das Spiel. Und dann war es schon halb eins und ich dachte mir so, shit, ich muss das heute noch zu Ende gucken. Also morgen, ich war ja schon im Samstag und dann habe ich das noch gemacht, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ja, jetzt werde ich mir Frühstück machen, ein bisschen Stream nebenbei gucken. Der Enno hat heute wieder mal Elite angemacht, ich habe es auch schon installiert. Finde zwar den Keybinds-Order nicht, aber werde mal nach dem Stream heute vielleicht den Elite-Client starten und dann mal gucken, was da so geht. Ja, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ne? Gut. Dann würde ich sagen, habt alle einen wunderschönen Samstag. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund, seid nett zueinander und wenn ihr mögt, könnt ihr gerne heute um oder zwischen 12 und 15 Uhr mal vorbeischauen. Da spiele ich wieder ein bisschen Ghost of Tsushima. Und ansonsten gucke ich mal, was der Tag mit sich bringt. Jermaine hat schon geschrieben, wir quatschen heute wohl mal, die Zeit ist wohl heute da. Den habe ich ja jetzt auch schon wieder eine ganze Woche nicht gehört. Ja, hat halt viel zu tun. Passiert viel um ihn herum und finde ich zwar ein bisschen schade, dass dann weniger bis gar keine Zeit mehr ist, sich auszutauschen. Aber es ist halt, wie es ist, ne? Man führt ja nicht selber nur ein Leben, sondern die anderen Menschen um einen herum auch. Und solange man nicht komplett von der Bildfläche verschwunden ist, ist das ja okay. Ja, gut, das ist es. Paul streamt, der hatte heute ein paar Schwierigkeiten. Zwischen 9 und 10 hat er einige Probleme mit den Internets gehabt. Und ja, irgendwie immer Einbrüche der Bitrate und dann war alles wieder schwarz-weiß. Und dann war der Stream komplett aus. Der tut mir ein bisschen leid. Aber ich glaube, jetzt läuft es. Vielleicht sollte er einfach ab 10 anfangen. Da ist das vielleicht stabiler. Na gut. Also. Rinnjahrhund. Schönen Samstag. Schönes Wochenende. Bis später oder bis morgen oder bis demnächst. Wir schauen einfach mal. Bis dann. Tschüss. 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 Töck. Untertitelung des ZDF, 2020